Tja ihr Lieben, vielleicht der letzte Trailer, weil morgen oder heute um 12 Uhr in der Nacht ist ja dann der 22. Kanal zu sein. Ich vermute es ja, dass meine drei Kanäle bei YouTube gelöscht werden. Deswegen mache ich jetzt auf jeden Fall heute nochmal was. Und zwar geht es da um zwei Dinge. Das betrifft Jobcenter mal wieder. Die eine Sache ist mit Dritten und Schlägen erkrankten Hartz-IV-Bezieher aus dem Jobcenter geworfen. Das wäre eine Sache. Und die andere Sache schiere Sanktionsmut gegenüber alleinerziehender Mutter. Tja, wenn es denn wieder interessieren sollte, ihr wisst mittlerweile VK, Bitchute, Telegram. Ciao.